Ich persönlich habe schon viel Erfahrung gehabt mit falschen Freunden, deswegen fand ich das Thema auch sehr gut, weil man konnte sich sehr gut reinversetzen, auch in die Rolle und ja, also unter sich hier im Team gab es glaube ich keine falschen Freunde. Also wir haben alle sehr gut zusammengearbeitet und habe da auch keine negativen Sachen gespürt, aber privat halt schon viel Erfahrung gehabt. Ich würde jetzt sagen nicht direkt, aber indirekt schon ein bisschen. Es gibt schon halt welche, die Freunde gerne hintergehen, auch hier im Jux gab es schon mal, ja, so indirekt ja. Eigentlich nicht so. Vielleicht, ich glaube einmal. Ne, ich glaube, gar nicht. Ne. Ja, ich weiß, ja, kann ich nicht so sagen. Also besonders viel Spaß hat das Schauspielern gemacht, weil ich selber produziere ja auch Musikvideos, Filme und so weiter für andere Leute, aber war nie wirklich selber Teil von der Kamera und mir hat das Spaß gemacht, mal die andere Perspektive zu sehen, nicht nur die Perspektive von hinten, sondern auch die Perspektive von mittendrin. Alles, alles war gut, was cool war, dass wir gemeinsam Spaß hatten und ja, das war schon cool, sowas zu erleben, also einen Film zu drehen. Davor habe ich das noch nie gemacht. Das war gut. Und ... Ich bin ein bisschen, ich bin sehr, was ich ganz einfach, was ich weiß, was ich eigentlich ... Ich habe sehr, sehr, sehr viel gemacht und ich habe diese Erfahrung, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr, 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 sehr. Ich finde auch, dass Sound und Kamera voll oft nicht so wertgeschätzt wird. Aber jetzt konnte ich auch mal sehen, dass beides anstrengen, das Kamerasound, aber auch Schauspielern. Weil als ich immer nur das kannte, die Seite von der Kamera oder Sound, dachte ich immer so, ja, die Schauspieler, die haben es eher am leichtesten und so, aber beide Perspektiven sind schwer und beide Perspektiven haben ihre wichtigen Rollen. Das war so eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich muss sagen, ich fand eigentlich alles geil, die ganze Woche, wie wir das organisiert haben und das Ganze hinbekommen haben. Ich hatte mit denen allen quasi nichts zu tun, außer mit Can und Emre, die ich ab und zu trainiert habe. Aber ich meine, wir waren alle freundlich und kamen super klar. Von der ganzen Woche hat mir gefallen, dass wir alle zusammen sein konnten und zusammen gegessen haben und alles gedreht haben und dass wir das auch in einer Woche geschafft haben. Ich fand das cool. Ich glaube, das war dieses Interview mit fremden Leuten beim Hafen. Ja, das hat am meisten Spaß gemacht. Der Posten als Regisseur oder so. Weil da konnte man, hatte man viel Verantwortung und das Kommando über das ganze Set. Schwer zu überlegen. Eigentlich hat mir alles sehr gut gefallen. Aber das, was mir am meisten gefallen hat, war, glaube ich, das Schauspielen. Ja. Weil ich Schauspielen halt voll cool finde. Und man kann eigentlich sich so Sachen überlegen, die man machen will. Das hat schon Spaß gemacht. Also so zu sagen, ja, hier, das musst du verändern, das musst du verbessern. Und ja, dann habe ich mich immer mehr in die Rolle hineinversetzt als Regisseur. Und ja. Also mir hat es am besten gefallen, dass wir das mit dem Mikrofon tun, weil das war so laut und man konnte, man konnte viel, deine Ohren waren viel stärker als normal. Ich finde, man hätte mehr Absprachen haben können. Also, dass es alles dynamischer gewesen wäre, weil es war immer so ein Tumult und hin und her. Und man wusste nie so wirklich, aber das ist auch schwierig, wenn man nur drei Tage Drehzeit hat. Und dafür, dass es drei Tage waren, fand ich es eigentlich ganz okay. Aber man hätte trotzdem vielleicht irgendwas besser machen können, weil voll oft war es halt so, man war da und wusste dann gerade nicht so, okay, was ist jetzt wirklich Sache oder was wird jetzt wirklich gemacht. Musste immer wieder nachfragen, was auch anstrengend war als Schauspieler, die Perspektive, die ich halt anstrengend fand. Weil man musste halt immer wieder darauf warten, bis die Kommandos kommen und wusste nie, kann ich jetzt mal kurz weggehen, kann ich jetzt mal kurz Pause machen oder sonst was. Weil Ansagen und so weiter ein bisschen, ja, das war alles ein bisschen durcheinander, aber sonst fand ich es ganz gut. Ich meine, es gibt immer was, was man besser machen kann, aber wir haben das, glaube ich, zum ersten Mal gemacht mit dieser Gruppe. Und, also ich finde, ich würde es auch gerne so machen und ich hätte es jetzt nicht viel einzuwenden. Negativ gibt es, aber habe ich gerade keinen negativen Punkt. Vielleicht sollte ich so ein bisschen bei den Dreh, habe ich ja manchmal mit anderen Leuten geredet und, ja, sollte eigentlich nicht. Sonst war eigentlich alles gut. Ja, vielleicht, also, vielleicht hätte die Regie oder halt das ganze Team ein bisschen schneller zur Ruhe kommen müssen, ja. Ja, vielleicht ein paar Sachen, die ich nicht bemerkt habe, die man verbessern machen könnte, aber ansonsten war es gut. Ich hoffe mir als erstes, dass es uns, die Gruppe, gefällt, dass jeder zufrieden ist mit seiner Rolle und dass wir alle stolz sind und am Ende uns auf die Schulter klatschen können und sagen, so, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht und als zweites einfach, dass es die Leute gefällt, die das gucken und, ja, dass man das dann in Zukunft halt öfter machen kann. Ich hoffe, dass es allen sehr gut gefallen wird und dass sie auch Spaß daran haben, den Film zu gucken. Dass sie halt sich freuen, dass wir alle mitgespielt haben und auch vielleicht stolz sind. Ja, das ist so meine Erwartung. Dass die dabei Spaß haben, den Film zu sehen und, ja. Wie es dann weitergeht mit dem Film, also ich würde den schon gerne online stellen, einfach weil es ein Thema ist, was viele betrifft. Ich eigentlich stolz darauf bin, was wir erarbeitet haben, vor allem in dieser kurzen Zeit. Und, ja, dass man den vielleicht auch privat zukommen, also zubekommen lässt, damit man, ja, vielleicht kann man das später mal seinen Kindern zeigen oder so, man weiß ja nicht so. Weil es ist ja schon eine coole Erfahrung, nicht jeder kann einfach mal so einen Film drehen, weil ich auch übrigens gut vom Jux finde, dass sie so einen Workshop gemacht haben. Und, ja, also mich würde schon freuen, wenn das auch ein bisschen verbreitet wird. Und, ja, also mich würde schon sagen, wenn das auch ein bisschen verbreitet wird.